so leute servus auf wieder das channel ja wir sind hier irgendwo in der nähe von münchen ja wir testen dank motor die neue kawasaki ninja zx 6 r und ima rite der wäve until i die until i die Bis zum nächsten Mal. So, jetzt habt ihr die Kleine schon gesehen. Machen wir hier mal das Mäusekino an und dann geht's los. Ja, dann würde ich sagen, kurze Vorstellung, auf was sitzen wir hier? 2019er Kawasaki ZX6R. 636 Kubikreihen, Vierzylinder, altbekannt. Hat jetzt 130 PS und 70,8 Newtonmeter. Das Ganze auf 196 Kilo, fahrfertig, vollgetankt. Hat eine Sitzhöhe von 830 Millimeter und einen 17 Liter Tank. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Sitzposition auf der ZX6R. Wir haben hier ja eine Sitzhöhe von 830 Millimetern. Im Vorne herweg, ich bin 1,88 groß und ich muss sagen, ich sitze hier für einen Supersportler wirklich, wirklich gut drauf. Es ist schon eine Supersportler-Haltung, allerdings jetzt nicht so überaggressiv wie auf manche anderen. Das Kniewinkel ist spitz, aber für meine Körpergröße wirklich relativ entspannt. Also auf einer Honda CBR 600R, auf der neuen zum Beispiel, da hocke ich, die ist viel, viel kleiner und da hocke ich viel zusammengekauerter drauf. Die Sitzposition ähnelt sehr meiner Triumph. Ich finde, man sitzt ein bisschen mehr mit dem Arsch nach oben, aber es ist wirklich mega angenehm. Also man kann es beschreiben, dass man schön im Motorrad sitzt. Ich sitze auf der hier viel entspannter und angenehmer, was eigentlich total komisch ist, wie auf der großen Schwester. Natürlich habe ich das Problem, dass es nach zwei Stunden schon mega anstrengend für mich wird, aber das habe ich leider bei jedem Supersportler. Aber hier ist es für mich und meine Körpergröße wirklich erstaunlich entspannt. Was sogar wirklich gut ist, ist das Windschild. Das muss ich jetzt auch sagen, ich habe nämlich halt oft immer das Problem, dass mir das Windschild zu niedrig ist. Das war bei meiner damaligen CBR, das war bei der Daytona so, das ist auch bei den meisten Tausendern so. Aber hier muss ich echt sagen, ist das Windschild so, dass ich sage, okay, es stört mich jetzt nicht. Ich würde mir wahrscheinlich, wenn es mir gehören würde, ein höheres drauf bauen, aber das hier ist selbst für meine Körpergröße ausreichend. Und das finde ich wirklich, wirklich gut. Also es ist echt eine Empfehlung, geht raus für große Leute. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Armaturen auf der ZX-6R, der neuen. Ja, Hebel sind einstellbar in fünf Stufen jeweils, Kupplung und Bremshebel. Der Kupplungshebel ist sogar noch ein Seilzugkupplung, genauso wie das Gas ist kein E-Gas. Dann zur Tachoeinheit, die wir hier haben. Wir haben hier einen analogen Drehzahlmesser mit einem LC-Display nebendran, der halt nicht farbig ist. Finde ich, schaut aber alles echt ganz gut aus. Also mir gefällt es eigentlich richtig gut. Ich mag das ja total gern mit analogen Drehzahlmesser. Viele könnten jetzt sagen, das schaut ein bisschen Altbachen aus. Ich finde es aber richtig, richtig gut. Auch total übersichtlich mit den Informationen. Man hat groß Ganganzeige mit drunter Uhrzeit. Dann groß eben noch die Geschwindigkeit. Oben Trittzähler oder Gesamtkilometer. Den Powermodus, Traktionskontrolle. Und dann eben noch die Reichweite, Verbrauch. Und ich glaube, Motortemperatur kann man sich noch anzeigen lassen. Sowas in der Richtung. Wirklich sehr übersichtlich, aber auch dafür total gut ablesbar. Und man hat alle Informationen schnell auf einen Blick. Das finde ich echt toll. Und so mit der Gabelbrücke und so, das macht alles einen mega hochwertigen Eindruck. Gefällt mir wahnsinnig gut. Und so ist die Bedienung durchs Menü. Ist relativ intuitiv. Das Einzige, am Anfang war der Quickshifter komischerweise irgendwie ausgeschalten. Den einzuschalten, das war ein bisschen tricky. Habe ich aber hingekriegt. Da muss man den Select-Button hier sehr, sehr lange halten. Dann kann man den aus- und einschalten. Aber wie gesagt, so alles sehr intuitiv. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Motor auf der ZX-6R Baujahr 2019. Ja, wir haben den altbekannten Rhein-Vierzylinder mit 636 Kubik. 130 PS mit Ram Air sogar 136 und 70,8 Newtonmeter. Was ist neu jetzt an dem Motor? Ich glaube, das ist eigentlich der altbekannte Motor. Wir haben jetzt den Quickshifter an Bord. Traktionskontrolle, die in mehreren Stufen einstellbar ist. Zwei Fahrmodis, einmal Full und Low. Und wir haben eine kürzere Übersetzung im Gegensatz zu den Vorgängerinnen. Wie fährt sich der Motor? Also ich hatte ja wirklich Todesbedenken, muss ich echt sagen, dass das Ding überhaupt keinen Spaß macht. Durch die Euro 4 und wenn man immer das so gelesen hat von der neuen R6. So ein Spitzel von mir ist die auch schon gefahren und der hat gesagt, das ist der letzte Rotz, wie zugestöpselt der Motor ist. Da waren wir alle sehr gespannt drauf und jetzt kommt, dieser Motor ist ober-mega-affengeil. Das ist der absolute Obershit, das Ding. Trotz Euro 4, also mir braucht kein Hersteller mehr erzählen, dass man mit Euro 4 keine anständigen 600er Supersportler-Motoren mehr bauen kann. Also das ist ein totaler Bullshit. Und wenn es mit 600 Kubik nicht geht, dann macht man es halt mit 36 mehr oder mit 50 mehr. Das ist doch völlig wurscht. Aber man hat so viel hier untenrum, so viel Drehmoment. Das ist der Wahnsinn. Das ist so viel wie bei meiner Triumph untenrum. Und das sind drei Zylinder, die ja bekannt dafür sind, das sind die untenrum viel Drehmoment. Das sind rein vier Zylinder. Also die hat untenrum so viel Drehmoment. Das ist der Wahnsinn. Also man würde nicht meinen, dass man hier auf einer 600er Supersportler sitzt. Und ab so 8000 brennt dann das Feuerwerk los. Und das ist schon echt Wahnsinn, was da geht. Die hat schon echt ziemlich viel Leistung. Und ich bin ehrlich gesagt noch keine 600er gefahren, die mehr hat wie die hier. Also die hat auch deutlich mehr wie meine Triumph. Wir haben das mal so ein bisschen verglichen. Und ich würde schätzen, das sind locker 15 PS Unterschied zwischen meiner Daytona und der hier. Das ist wirklich genial. Also der Motor ist wirklich ein Traum. Der Quickshifter bei dem Motorrad funktioniert auch sanig. Wirklich 1A. Da bin ich schon wesentlich schlechtere Quickshifter gefahren. Also der hier ist einer von den sehr guten. Und ich finde, dem Motorrad tut diese kurze, sagst du mir, diese kurze Getriebeübersetzung wahnsinnig gut. Also Endgeschwindigkeit ist halt dann so 260, ist Drehzahlbegrenzer, sechster Gang kann ich euch sagen. Schneller wird es nicht. Aber schneller braucht es auch gar nicht sein. Dafür hast du halt hier auf der Landstraße den Spaß deines Lebens mit dieser Getriebeübersetzung. Also wir waren jetzt auch in den Alpen mit dem Teil und da war die perfekt. Die war perfekt, diese Übersetzung. Und auf der Honda von Slati zum Beispiel war die viel zu lang. Also für die Landstraße einfach. Was man noch sagen muss, was ihr jetzt glaube ich gerade gehört habt, ist wie dieser Motor schreit. Also das ist so ein richtiger Schreihals. Aber durch die Euro 4 hört man halt nicht mehr viel aus dem Auspuff. Dafür haben sie die Airbox umdesigned und da hört sich das Motorrad so geil an. Und ich finde es auch nie aufdringlich. Also ich bin wirklich, ja schon andere Vierzylinder, da ging es mir irgendwann auf den Sack. Das ist hier definitiv nicht so gewesen. Was man schon sagen muss, das ist wahrscheinlich der Euro 4 geschuldet. Wenn du in einem relativ kleinen Gang fährst, so 2. oder 3. oder 4. Gang, da hast du, wenn du ans Gas gehst, immer so ein, wie soll ich sagen, so ein Ruckeln, so ein leichtes. Du hast erst so einen Leermoment und dann hast du immer so ein Ruckeln. Und das ist so ein bisschen störend. Aber das ist so ein typisches Verhalten, was diese Euro 4 Motoren durch diese Begrenzungen einfach haben. Das ist ein bisschen schade, dass es so ist. Aber ich finde, damit kann man echt leben. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Optik und Sound. Ja, die neue ZX-6R hat jetzt eine andere Designsprache wie die alte. Ich fand die alte schon immer ziemlich geil. Die neue hat jetzt dieses neue Frontdesign bekommen, was halt jetzt alle Carvers haben, wenn man sich das hier so anschaut, mit diesen zwei Zacken. Aber ich finde, dass das wirklich ziemlich, ziemlich gut ausschaut bei dem Motorrad. Und mit den LED-Scheinwerfern, gerade im Rückspiegel, super, super geil. Mir gefällt auch der riesige Ram Air Einlass ziemlich, ziemlich gut. Ich finde auch die Farbe so hart, sexy. Gefällt mir wirklich ziemlich gut. Ich liebe auch diese Kava KRT Designs. Was halt geiler gewesen wäre, finde ich noch eine goldene Gabel. Die hätte man Gold machen können, das wäre auch ziemlich geil gewesen. Das Puff ist natürlich jetzt größer geworden. Das ist natürlich, ja, nicht ganz so schön. Ich finde auch, dass der so Chrom ist. Das ist so, hm, semi-optimal. Aber ich finde, sie haben es noch relativ gut gelöst für Euro 4. Also es zerstört jetzt nicht das Designbild. Dass die Schwinge hier so schön geschwungen ist, finde ich auch, das ist auf der Seite gar nicht so. Also die Schwinge auf jeden Fall gefällt mir ziemlich gut. Auch das Heck, das ist halt das Heck von der ZX-10R. Schaut ganz nett aus. Ich wäre cool gewesen, wenn es vielleicht ein bisschen eigenständiger gewesen ist. Aber ich glaube, das sind halt einfach Kostengründe, warum man das macht. Aber schaut definitiv nicht verkehrt aus. Natürlich ist hier jetzt ein kurzer Kennzeichenhalter dran. Der macht natürlich schon viel aus. Also ich finde es wirklich geil. Wirklich tolles Motorrad. Und jetzt würde ich sagen, kriegt ihr noch einen kleinen Soundcheck. So, jetzt habt ihr sie gehört. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder auf dem Bike. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fahrwerk. Ja, wir haben hier eine Abstraße. Daumenkabel vorne von Showa. Eine Big Piston Fork mit 41 Millimeter, die voll einstellbar ist. Entzug, Druckstufe und Federvorspannung. Und hinten auch ein Showa Federbein, das voll einstellbar ist. Ja, und jetzt kommen wir dazu, wie sich die ZX-6 erfährt. Der Motorrad wiegt ja 196 Kilo. Ist jetzt nicht die leichteste 600er. Und ich finde, das merkt man auch. Aber wirklich nur ein Tick, ein Tick schwerer wie manch andere. Und mega schön und einfach zu fahren, das Motorrad. Also schenkt super viel Vertrauen. Macht richtig Bock. Da sind auch die S22 jetzt drauf. Die brauchen ein bisschen Temperatur. Aber wenn die mal Temperatur haben, funktionieren die einmal frei und schenken auch super viel Vertrauen. Und mega schön neutrales und schönes Einlenkverhalten. Wirklich toll eingestellt. Es ist jetzt alles Standard eingestellt. Es ist für die Landstraße, finde ich, voll in Ordnung. Es ist relativ, wie soll ich sagen, ein guter Kompromiss aus Sportlichkeit und Komfort. Für die Rennstrecke ist es aber in der Einstellung zum Beispiel definitiv viel zu weich. Also wenn man jetzt da zum Beispiel hier mal ankert, man taucht schon relativ weit vorne ein. Aber für die Landstraße finde ich das Setup eigentlich ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Bremsen. Ja, wir haben hier eine Doppelscheibenanlage mit 310er Scheiben verbaut. Mit zwei radial montierten Bremssätteln von Nissin und einer radialen Bremspumpe von Nissin. Natürlich mit ABS. Hinten haben wir eine 220er Scheibe. Und ja, wie bremst das Motorrad? Also die Vorderradbremse finde ich wirklich den absoluten Oberburner. Aber für das, dass man meinen könnte, oh, jetzt Nissin und so, vielleicht nicht das Beste. Also an der 50 Monoblock kommt es jetzt nicht ran. Die Bremsleistung, die ich hier anlegt, die ist wirklich genial. Also super schön zu dosieren. Hat einen richtig knackig ersten Biss. Also gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. Die Hinterradbremse, die ist okay. Also die ist jetzt nicht besonders mega aggressiv. Auf der PC40 zum Beispiel war die der absolute Oberhammer. Da ist die ein bisschen schlechter. Aber man kann es schön dosieren. Und ja, ist vollkommen ausreichend. Ich finde auch die ABS-Regelintervalle, die das Motorrad hat, finde ich super sanft und angenehm. Und auf der Vorderachse, also am Vorderrad, regelt es auch wahnsinnig spät. Noch ziemlich geiles an dem Motorrad ist, dass das, wenn man in Schräglage bremst, kein Aufstellmoment hat. Also wenn ich jetzt hier in Schräglage bremse, ist es wirklich so gut wie kein Aufstellmoment vorhanden. Das ist auch richtig cool. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. ZX6R. Also ich glaube, das ist wirklich die größte Überraschung für mich 2019 ist dieses Motorrad. Weil ich habe wirklich die Hoffnung aufgegeben, dass es jemals noch geile 600er geben wird in der jetzigen Zeit. Aber mir braucht kein Hersteller mehr kommen, dass es keine, dass es nicht mehr möglich ist, geile 600er zu bauen. Weil das, was Carver hier geschaffen hat, ist unfassbar geil. Der Motor ist so eine Wucht. Das ist so geil, die hocken hier so oft. Die sind so geil, die zwei. Die gehen immer mit ihrer Esel spazieren. Die sind so lustig. Der Motor ist wirklich eine Wucht. Diese kürzere Getriebeübersetzung finde ich super gelungen. Weil, was brauche ich, eine Endgeschwindigkeit von 2,90 kmh. Das ist wirklich perfekt. Ich finde es echt perfekt. Lässt sich super schön fahren. Fahrwerk ist relativ weich. Aber für die Landstraße gerade richtig. Für die Rennstrecke müsste man definitiv ein bisschen härter stellen. Die Bremserei ist wirklich top. Ist jetzt nicht auf Brembo M50 Niveau. Aber es ist wirklich akzeptabel, wenn man den Preis sieht, der dahinter steht. Das Ding bekommt man knapp unter 12.000 Euro. Und für den Preis finde ich das wirklich voll in Ordnung alles. Rappaturen, ja, ist halt jetzt nicht mit TFT so auf dem ultraaktuellen Stand. Aber ich finde, wie sie es gemacht haben, ist wirklich schön. Sehr übersichtlich. Und man findet sich super schnell zurecht. Sitzposition bin ich auch mega überrascht. Ist wirklich auch sehr geeignet für größere Leute. Also ich habe da wirklich super drauf Platz. Ist auch total toll. Von daher, von mir, das ist wirklich die Überraschung des Jahres, glaube ich, bis jetzt. Vielleicht kommt noch was anders. Aber ich bin total geflasht und gehypt von diesem Motorrad. Weil es einfach so gut ist, was ich nicht geglaubt hätte davor. Und darum, wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Lasst den großen blauen Daumen da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Servus auf Wiedersehen. Servus auf Wiedersehen.